Verputzbetrieb Marco Peric. Innenputz, Außenputz, Malerarbeiten und Vollwärmeschutz. Wir bieten hochwertige Handwerksqualität für Wände und Fassaden. Als erfahrener Spezialist für Wände und Fassaden sind wir im Auftrag von Privatpersonen, Architekten, Bauunternehmen und Gemeinden tätig. Ob ein oder mehr Familienhaus, Firmengebäude oder kommunale Einrichtung. Qualitätsarbeit ist die beste Empfehlung. Mit mehreren Teams an zwei Standorten sind wir im Großraum München sowie im östlichen Niedersachsen ein gefragter Partner, wenn es um sorgfältig ausgeführte Verputz- und Malerarbeiten geht. Gutes Klima, stilvoller Anblick. Unsere Innenputze. Die richtige Wahl des Innenputzes leistet einen wesentlichen Beitrag für ein gutes Aufenthaltsklima in Wohnung, Haus oder Büro. Die hohe Ausführungsqualität unserer Verputze bewährt sich übrigens noch nach vielen Jahren. Zum Beispiel durch Putzstrukturen, die auch nach vielen Überstreichungen noch klar erhalten sind. Ein wichtiger Mehrwert im Sinne des Bauherrn. Schützen, Dämmen und Verschönern. Unsere Außenputze. Vom Einfamilienhaus bis zur großen Wohnanlage. Unsere sorgfältig ausgeführten Außenputze schützen und dämmen zuverlässig über Jahre und Jahrzehnte. Auch hier bewährt sich die hohe Ausführungsqualität unserer Verputze noch nach vielen Jahren und bietet damit eine lange Haltbar- und Wirksamkeit in Schutz und Werterhaltung Ihrer Immobilie. Weniger Kosten, mehr Wert. Unser Vollwärmeschutz. Ob im Neubau oder im Bestand. Wir verwenden feuerfeste Vollwärmeschutzmaßnahmen namhafter Hersteller und gewährleisten eine exakte und saubere Montage. Unsere Malerarbeiten. Frische Farbe für Wände und Fassaden. Unsere Malerarbeiten sorgen für neue Farbfrische und ein lang anhaltendes, strahlendes Erscheinungsbild Ihrer Immobilie. Für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Firmengebäude oder kommunale Einrichtungen. Ob Innenputz, Außenputz, Malerarbeiten oder Vollwärmeschutz. Verputzbetrieb Marco Peric. Ihr Spezialist für hochwertige Handwerksqualität an Wänden und Fassaden. Schnell, sauber und zuverlässig. Verputzbetrieb Marco Peric. Verputzbetrieb Marco Peric.